Mit e-Learning kann ich meine firmeninternen Schulungen nicht schulen. What? Mehr dazu nach dem Intro. Wir werden oft quasi gefragt, ja, ihr habt ja 100 Kurse in eurem Kurskatalog, Quereinsteiger-Schulungen, auch Word, Excel, PowerPoint, aber auch eben die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitssicherheitsunterweisungen. Aber was ist mit meinen eigenen Schulungsinhalten? Wie funktioniert die Auftragserfassung? Geschichte des Unternehmens und vieles, vieles mehr. Genau aus diesem Grund können Sie auf unserer Plattform ganz einfach auch eigene e-Learnings erstellen. Das heißt, Sie können gängige e-Learning-Formate hochladen, form, kinken, AICC, aber auch viel einfachere Sachen, wie zum Beispiel ein Handy-Video, wo Sie auch zum Beispiel am LKW draußen was zeigen können. Genau so soll die Ladungssicherung laufen oder genauso nicht. Das Gleiche gilt aber auch für PDFs, PowerPoints, Bildschirmaufnahmen und dergleichen. Können Sie bei uns in der Flatrate quasi ohne Mehrkosten selbst erstellen in Ihrem geschützten Bereich und so auch sämtliche Themen vom Mitarbeiter-Onboarding, Schulungsthemen für Zertifizierungen, aber auch für wichtige Kunden oder auch wie funktioniert generell ein Prozess. Also das Thema ist überhaupt kein Thema.